Der Real scheint immer ein guter Anlaufpunkt für Superhelden-Schnäppchen zu sein, besonders für DC-Superhelden, wo ich diesen Shazam mitgenommen habe. Ich habe tatsächlich auch mal diesen Film gesehen. Ihr wisst ja, ich bin kein großer Freund von Superhelden-Filmen, fand den recht vergnüglich und nachdem ich ihn einmal gesehen habe, habe ich die Blu-Ray auch für den nächsten Interessierten für sehr wenig Geld veräußert. Ich weiß nicht, was ich dafür bezahlt habe, aber ich habe sie wirklich quasi verschenkt. Hier eine Diana, eine Wonder Woman-Figur, die günstig war, auch günstig produziert ist und günstig aussieht. Günstig war auch hier der Bane-5er, das für alle diese Figuren auch irgendwie zutrifft. Aber Bane, muss ich sagen, hat mir gefallen. Also er hat diese furchtbare 3D-Drucker-Waffe bekommen. Anders kann ich es nicht formulieren. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Aber für Kids wahrscheinlich dazu getan. Aber an sich finde ich den Bane recht schnieke. Wenn man ihn ohne Waffe dastehen lässt oder ihm vielleicht eine andere gibt. Er ist gut beweglich, hat gute Artikulationspunkte und ist echt eine gute Interpretation von Bane. Hier hinten seht ihr meinen Lieblings-Batman. Beziehungsweise es ist meine liebste, scharfstellend, meine liebste Batman-Figur. Jetzt kämpft die Kamera, aber versuchen wir mal es mal per manuell. Ja, hier. Das ist meine aller, aller liebste Batman-Figur, die ich besitze. Fragt mich nicht warum, aber es ist so mit der Archetypus, wie ich mir Batman vorstelle. So ein Amalgan zwischen ernster Interpretation und der Animationsserie. Hier mit dem Belt. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie der Kenner-Figur mit dem Utility Belt am nächsten kommt. Die ich niemals besitzen werde anscheinend, weil die so super teuer geworden ist. Zumindest wenn man sie komplett haben will. So lose geht die auch für Hartgeld weg. Aber wenn man die komplett mit eben diesen Enterhaken und diesen Belt haben möchte, ist die sehr teuer. Und da war ich sehr froh, diese nette Interpretation von Batman zu bekommen. Vor allem, weil er auch zu diesem Bane ganz gut passt, obwohl sie gar nicht zur gleichen Serie gehören. So ein paar Sachen, wo ich nicht widerstehen konnte. Die gab es im Action und ich weiß noch nicht mal, haben die überhaupt 5 Euro irgendwie gekostet. Katana, Harley Quinn und Supergirl. Niedliche Interpretationen der Superheldinnen, wo ich auch gerade überlegen bin, die eher zu verschenken, weil ich da auch nicht noch ein weiteres Sammelgebiet bei mir losstoßen möchte und das eingegrenzt haben will. Sehr nett gemacht, sehr cartoony interpretiert, frisch, schöne Farben, viele Artikulationspunkte. Finde ich für einen kleinen Preis echt gelungen, muss ich sagen. So viel zu meiner DC-Auswahl oder beziehungsweise den Figuren, die ich bei DC so mitgenommen habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017